Ich muss dann gleich noch dazu sagen bei der Gelegenheit, als man dann merkte, dass das nicht erfolgreich sein würde, damit Sie den Ursprung der Europäischen Union kennen, wo hat man sich die ausgedacht und wann? Man hat sich das Prinzip, das Konzept der Europäischen Union in der ersten Hälfte der 40er Jahre in Berlin ausgedacht. Da kommt es her. Und nun gab es ja auch gute Kräfte. Der amerikanische Chefankläger General Taylor, der die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse leitete, hat alle 20 Topmanager von IG Farben hinter Schloss und Riegel gebracht. Er hat gesagt, wenn wir die nicht hinter Schloss und Riegel bringen würden, dann stellen sie eine größere Gefahr für den Weltfrieden dar, als Hitler, wenn er noch am Leben wäre. Und er hat sich durchgesetzt. Die waren ein paar Jahre hinter Gittern, dann hat aufgrund der tollen Verbindungen, die die hatten, zu Rockefeller und so weiter, waren die aber nach wenigen Jahren wieder draußen. Und man brauchte sie ja auch zum Neuaufbau der Wirtschaft Deutschlands. Das Know-how. So hat man auch gesagt. Der später Bundeskanzler wurde, namens Erhard, der hat mitentscheidend dafür gesorgt, dass die wieder ans Ruder kommen, kam mit dem Argument, wir brauchen ja diese erfahrenen Industriekapitäne, um Deutschland wieder aufzubauen. Und einer von denen, der verantwortlich war für das Kriegsgeschäft von IG Farben und für diese ganze Auschwitz-Geschichte, für das ganze Auschwitz-Industriekomplex, 24 Kilometer Durchmesser, Fritz Thermeer, der, und das muss man mal hören, damit man versteht, wie denken diese Leute. Man versteht es sonst immer nicht, kann sich immer nicht vorstellen, dass Leute so etwas machen. Der hat beim Verhör in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gesagt, den Lagerinsassen von Auschwitz ist ja eigentlich nicht wirklich Leid zugefügt worden. Die haben ja nicht wirklich Schmerzen gehabt. Das kann man ja so nicht sagen. Denn die Alternative wäre ja gewesen, dass man sie umgebracht hätte. Ernsthaft. So denken diese Leute. Und dieser Mann kam dann nach vier Jahren, so irgendwann in den 50er Jahren, wieder hinter Gittern hervor. Und war dann, er war übrigens auch verantwortlich gewesen, dass über einem Seitenausgang von Auschwitz der Spruch stand, Arbeit macht frei für die Lagerinsassen. Und er war dann einer der entscheidenden Architekten für das, was wir heute als Codex Alimentarius kennen. Das kommt also aus der Feder dessen, der für die ganze, für diese ganze Auschwitz-Katastrophe verantwortlich war. Und das ganze chemische Kriegsgeschäft von IG Farben und die Finanzierung von Hitler. Der hat also Codex Alimentarius Anfang der 60er Jahre ins Leben gerufen und von da ab nahm es dann seinen Lauf. Das also zum geschichtlichen Hintergrund. Das ist die Denkweise. Das sind also bestimmt keine Leute, die unsere Gesundheit im Auge haben. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, auf einen Nenner bringen, heißt das hinter dem Codex Alimentarius, Ausständen von Anfang an, Chemie- und Pharmaunternehmen, in, sagen wir mal, einer Eroberungsmentalität vielleicht. Ja, das ist sehr gut gesagt. Sei es Märkte, sei es Menschen, sei es Einfluss, sei es Macht. Und jetzt, vielleicht können wir dieses Thema kurz verlassen und einen Sprung machen. Ja. Vielleicht darf ich zuerst für ein kleines Durchatmen sorgen. Wir werden nachher auch darüber reden, was wir noch tun können. Aber im Moment müssen wir ein bisschen im Horrorladen rumkramen, weil der Codex Alimentarius leider Gottes tatsächlich in vieler Beziehung so ein kleiner Horrorladen ist. Wir gehen jetzt mal in Ihren Bereich, Herr Dr. Lange, als Naturheilarzt. Man kann ja annehmen, dass die nicht sehr begeistert davon sind, dass es natürliche Heilmittel, natürliche Vorbeugungsmittel für Krankheiten gibt. Sie erwähnten vorher Herz-Kreislauf-Krankheiten. In unserem Vorgespräch haben Sie auch Krebs erwähnt. Und dass man da eben mit sehr natürlichen Sachen sehr viel gewinnen kann. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, ich ernähre mich doch gesund. Ich ernähre mich vegan. Ich ernähre mich nur vollwertig. Ich habe doch alle Nährstoffe, die ich brauche. Jetzt zwei wichtige Fragen in dem Zusammenhang. Erstens, wofür braucht es überhaupt Vitaminpräparate, von denen Sie vorher schon gesprochen haben? Und das Zweite ist, kann man nicht das Ganze durch eine ganz normale, gesunde Lebensweise auch genug tun für seinen Körper? Ich denke, es sind zwei sehr wichtige Fragen, die wir unbedingt beleuchten sollten. Die erste Frage ist, nicht nur, wofür braucht man oder braucht man Vitaminpräparate, sondern was sind überhaupt Vitamine, damit man das verstehen kann. Was sind überhaupt Vitamine? Der normale Mediziner heutzutage, der denkt, naja, weil er es in seiner Ausbildung nicht gehabt hat, in der Biochemie, in seiner medizinischen Ausbildung, nur so zum Ankreuz und Kurz. Und dann kam ja die wahre Biochemie, die man als Pharmakologie bezeichnet. Das ist also das Missverstehen des Mediziners. Der denkt, Pharmakologie sei Biochemie. Und deswegen hat er das nie richtig verstanden. Und er denkt, naja, Vitamine, naja, ist ja vielleicht ganz gut. Habe ich ja auch schon einiges drüber gehört. Aber, ja, und dann kommt es im Hinterkopf so leise, die Erinnerung, dass seine Mutter immer gesagt hat, Junge, iss den Salat gegen der Vitamine. Den Salat mochte er nicht. Er mochte lieber die Pommes frites und die Bratwürste oder irgendetwas. Diese Haltung ist so dieses Positioning, wie man im Marketing sagt. Naja, wenn Sie unbedingt meinen, dass Sie diese Vitaminpräparate nehmen wollen, naja, schaden kann es ja nicht. Manche sagen dann, ach, lassen Sie es doch, Sie produzieren doch nur teuren Urin. Was sind Vitamine? Wenn Sie etwas machen wollen, als Handwerker oder in irgendeinem Arbeitsbereich, dann brauchen Sie dafür Werkzeuge. Sie brauchen, um eine Schraube irgendwo hineinzuschrauben, das sind nur Binsenweisheiten, brauchen Sie einen Schraubenzieher. Schraubenzieher bestehen normalerweise heutzutage aus zwei Teilen. Nämlich aus einem großen Handgriff und einem kleinen Einsatz. Das kennen Sie, denke ich, mehr oder weniger alle, den man als Funktionseinsatz oder als Bit bezeichnet, zumindest im englischsprachigen Sprachraum. Und wenn jetzt jemand Ihnen so als Seminartrick einen Schraubenzieher in die Hand geben würde, ohne diesen kleinen Einsatz, und würde sagen, hier, schraub doch bitte mal die Schraube in dieses Brett, würde man sagen, der da vorne, der Dozent, er ist doch verrückt. Das geht doch gar nicht. Es braucht doch diesen Einsatz, damit der Schraubenzieher zu einem funktionssüchtigen Werkzeug wird. Und das ist gar nicht weit hergeholt. Nämlich ziemlich genauso ist es bei den biochemischen Werkzeugen im menschlichen Körper. Der Körper braucht, um alles zu machen, um Muskeln aufzubauen, um Arterien instand zu halten, um Giftstoffe zu entgiften, braucht er biochemische Werkzeuge der verschiedensten Art, die in dem Prinzip so zusammengesetzt sind, ein großer Protein-Handgriff, ein Protein-Molekül, relativ groß, und dann ein kleiner Einsatz, der das Werkzeug für den Zusammenbau oder das Auseinandernehmen von Substanzen im menschlichen Körper überhaupt erst funktionssüchtig macht. Man bezeichnet diese Werkzeuge landläufig auch als Enzyme. Und diese biochemischen Werkzeugstoffe, die Stoffe, die die Werkzeuge funktionssüchtig machen, das sind die Vitamine und ein paar Spurenelemente. Die kann der Körper selber nicht herstellen. Und wenn man von denen nicht genug kriegt, dann hat man einen Werkzeugmangel im menschlichen Körper. Mit der Folge, auf die Dauer chronische Krankheiten bekommen zu können. Oder man wird sie mit Sicherheit bekommen. Aufgrund eines chronischen Werkzeugmangels. Das ist das, was passiert, wenn in Nahrungsmitteln nicht genug von diesen Substanzen drin sind. Und wenn man sich die Statistiken ansieht, die Untersuchungen, ist der Gehalt, durchschnittliche Gehalt in Nahrungsmitteln an zum Beispiel bestimmten wichtigen Mineralstoffen wie Calcium, Magnesium, Eisen seit 1914 bis zur letzten Jahrtausendwende jetzt um etwa auf ein Sechstel bis ein Siebtel gesunken allgemein. Durch die landwirtschaftlichen Methoden. Vielleicht sollte man erwähnen, dass die EU daran auch nicht unschuldig ist durch die ganzen Verordnungen, die mittlerweile bestehen für die Bauern. Durch die Subventionen, die es für bestimmte Behandlungen des Ackebodens gibt und für manche eben nicht. Absolut, ja, absolut. Und es gibt solche Begriffe, die sind genauso geschickt wie Nebenwirkungen. Ja, dann noch irgendwas Unwichtiges, Nebenwirkungen. Volldünger. Volldünger. Volldünger, Bordkosmetik. Enthält in der Regel nur Stickstoff, Phosphor, Kalium. Manchmal Kalzum, manchmal Magnesium, aber auch nicht unbedingt. Spurenelemente sowieso nicht. Das ist Volldünger. Erhält Stickstoff, Phosphor, Kalium. Und dass dann natürlich auf die Dauer in den Böden kein Magnesium mehr drin ist, dies nicht mehr drin ist, jenes nicht mehr drin ist. Und Magnesium ist für über 300 körpereigene Werkstoffe ein wichtiger Funktionseinsatz, ohne die die nicht funktionieren. Das ist dann gar kein Wunder. Hinzu kommt noch eine Sache, die ich erwähnen muss. Der menschliche Körper hat eine Besonderheit. Wir alle haben einen genetischen Defekt, im Gegensatz zu den meisten anderen Säugetierkörpern. Wir können kein Vitamin C produzieren. Das können wir nicht mehr. Man nimmt heute in der Wissenschaft an, dass diese Fähigkeit aus Blutzucker, selber Vitamin C zu machen, vor etwa 25 Millionen Jahren verloren gegangen sein soll. Und wir können das nicht, ein paar Affen können das nicht, das Meerschweinchen kann das auch nicht, aber jeder Hund, jede Katze, jedes Pferd kann Vitamin C herstellen. Und zwar stellen die selber her, schon umgerechnet auf ein menschliches Körpergewicht, damit man das verstehen und in Beziehung setzen kann, zwischen 2000 Milligramm und 20.000 Milligramm pro Tag. Zwischen 2000 und 20.000 Milligramm liegt der Bereich. Und individuell verschieden nimmt man also heutzutage an, in der nicht so bekannten Wissenschaft, aber das ist der Stand der Forschung, dass unser Körper zwischen 2000 und 20.000 Milligramm Vitamin C pro Tag machen würde, wenn er denn noch könnte. Und warum ist das so entscheidend? Entscheidend ist es deswegen, weil Vitamin C das Instandhaltungswerkzeug ist für Stabilitätsgewebe im menschlichen Körper. 30 Prozent, und das ist kaum bekannt, weil wir so eine Medizin haben, wo die Mediziner ausgebildet werden, sie gucken nach der Leber, sie gucken nach dem Herzen, sie gucken nach den Gelenken und so weiter, immer nach den Organen, aber nicht nach dem Stabilitätsgewebe. 30 Prozent des Körpers steht aus Strukturgewebe, das ihn stabil hält. Die Frage ist im Grunde, warum ist der menschliche Körper kein formloser Zellhaufen hier irgendwo auf dem Tisch, sondern er hat ja eine Form. Der Kopf, das Herz sitzt am rechten Fleck, rutscht nicht in die Hose, obwohl man das so sagt, in bestimmten Situationen, man trägt seinen Kopf nicht unter dem Arm, es ist alles Bindegewebe. Und die Arterienwände sind wie Gartenschläuche gebaut. Relativ weiche Substanz, wie das Plastik aus Garten und Gartenschläuchen mit eingeworbenen Stabilitätsfasern, Nylonfasern, die diese Arterienwände stabil machen, Druckstabil machen, sodass das Herz-Kreislauf-System vernünftig funktionieren kann. Und das geht nur, wenn man chronisch, im positiven Sinne, genügend Vitamin C regelmäßig hat. Dann geht das. Und nur, wenn man regelmäßig jeden Tag genug Vitamin C hat, das man leider nicht mehr selber produzieren kann als Mensch, dann gibt es mit Sicherheit keinen Herzinfarkt und keinen Schlaganfall, woran jeder Zweite stirbt. Heutzutage. Und das ist der entscheidende Zusammenhang. Das heißt also, aufgrund dieses Gendefekts muss man das extra zu sich nehmen und aus den normalen Nahrungsmitteln hat man davon nicht mehr genug. Eine Sache muss ich noch, um das noch zu illustrieren, ganz schnell dazu sagen, man hat untersucht, normalerweise so das, was die Leute täglich bekommen aus der üblichen Ernährung, ist 60 Milligramm Vitamin C. Eine Gruppe, eine Studie mit 12.000 Leuten insgesamt, dann hat die eine Gruppe hatte 60 Milligramm Vitamin C pro Tag, das übliche, was wie gesagt in der Ernährung drin ist, die anderen nur 300, nicht 3000 oder so etwas, nur 300. Und bereits bei diesem Unterschied zwischen 60 und 300 Milligramm war die Herzinfarkterkrankungsrate bereits halbiert. Das hat also erhebliche praktische Auswirkungen für jeden Einzelnen, für die Gesundheit einer ganzen Nation und auch für die Senkung der immensen Kosten eines Gesundheitssystems. Weil diese wissenschaftlichen Informationen, das ist alles belegt von ehrlichen Wissenschaftlern in Studien, weil das nicht bekannt gemacht wird, weil das unterdrückt wird, zahlen wir uns dumm und dämlich an Krankenkassenbeiträgen und so weiter. Das ist also auch noch ein ganz entscheidender Zusammenfall. Der Codex will ja jetzt was regeln. Ich muss mal mit einem kleinen Missverständnis vielleicht aufräumen, dem ich vor kurzem auch noch aufgesessen bin. Also der Codex will nicht die Inhaltsmenge natürlich gewachsener Nahrung begrenzen oder ordnen. Das geht ja überhaupt nicht. Das kann er auch nicht. Man kann ja nicht in Null-Vitamin-Karotte züchten. Es wird es wohl kaum gehen. Aber er möchte was regeln und er greift intensiv ein in die Natur- und Kräuterheilkunde. Vielleicht könnten Sie uns darüber was sagen. Es geht ja um Grenzwerte. Es geht ja um bestimmte Mengen, die uns zugeführt werden dürfen, noch nach dem Willen der Gesetzgeber, sage ich mal. Und darüber hinaus wird immer von Risiken gesprochen. Man spricht ja immer von Risiken von Vitaminterapie, Risiken von Überdosierung an Vitaminen. Würden Sie dazu was sagen? Ja, die eine Seite, wie gesagt, die haben wir eben kurz beleuchtet. Man kann definitiv mit genügend hohen Dosierungen von Vitamin C und noch einigen anderen nicht patentierbaren Natursubstanzen Herzinfarkt, Schlaganfall vorbeugen oder heilen. Man kann mit diesen Substanzen und noch ein paar Aminosäuren kann man auch Krebsmetastasierung stoppen und 90% der Krebspatienten sterben an Metastasierung. Das kann man machen mit Kombinationen aus bestimmten Vitaminen und Aminosäuren. Das ist also von erheblicher Bedeutung. Und um das Ganze zu verstehen, alles, alles, was die zukünftigen Geschäfte, die zukünftigen Profite der Chemie- und Pharmaindustrie in irgendeiner Weise vermindern könnte, wird bekämpft. Und alles, was die Geschäfte blühen lassen wird, wird gefördert. Und man setzt deswegen zum Verbraucherschutz natürlich falsche Informationen in den Umlauf. Man sagt, das haben Sie sicherlich auch schon mal gelesen, obwohl hier natürlich eine lesende Zuhörerschaft ist und Sie vieles, vieles ja wissen, denke ich, aber man sagt, und das liest man immer wieder, zu viele Vitamine sind gefährlich. Zuhörerschaft